Warum Laser fallen? Ich benutze sie quasi nicht. Plasma Cut, da habe ich auch noch ziemlich viel Munition. Voll Laser, wie das abgeht. Oh Mann, ey. Wenn die nicht so viel Sekundärfeuer Schaden machen würde. Feuererater. Oh. 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 Das war's für heute. Oh, das letzte Gefecht würde ich behaupten, ne? Diese komische Biomasse hat sich ja auch noch zusammengesetzt. So, der Grund wird jetzt hier irgendwo rumgehen. Lett' ich mit euch. Dürfen wir nicht mit? Und vielleicht der letzte Bocken auf das Schiff. Das Kollektiv! Komm! Oh nein! Erkommt mir! Nimm meine Hand! Oh nein! Agra! Blut! Wann's mit, das? Ich seh nicht, worauf ich schieße. Ach du Scheiße. Nenn, das wollte ich sicherlich nicht. Klar. Oh neee! Oh, 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 oh. Alter, mach still jetzt. Ist doch nicht normal. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh mit abstand halten das ist die anti corona waffe die sorgt für ein bisschen abstand zwischen beiden das war eigentlich die zweite funktion und wir zwei hübschen was machen wir jetzt doch trotzdem wieder heute was habe ich übersehen nichts da hätte ein bisschen mehr gehen können ach grüß dich jetzt zeigt doch mal den eierbeutel wahrscheinlich nur schnupfen ließ die ganze zeit ach schlagen kannst du zonen oder was kann aber auch immer nur eins weg machen schon ganz schön unfair ach so ok ok cool cool warum habe ich keine heilung mehr das kann gar nicht sein ich dachte nicht zu weit nach vorne ich dachte nicht zu weit nach vorne ich lüge euch nicht an die scheiße überlebe ich nicht jetzt einmal die galleblase noch ab und dann bin ich tot und ich werde die abkriegen und zweites mal ungünstig 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 lauf 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 einfach von rechts nach links na hör mal hör auf mich zu schütteln aufh ja aufh ja 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 wie zum henker ist das schiff nicht kaputt gegangen how is it even possible first try vor allen dingen ich will mir jetzt selber nicht loben aber first try liebe leute zufall zufall genau das inventar ist voll mit sinnlosen dreck klar aus irgendeinem grunde möchte ich mich jetzt noch mal voll heilen wenn man das fein lässt dann verschwindet es gar nicht ach so das hätte ja vieles geändert ich dachte das verschwindet dann die haben da irgendwie ein parasitäres problem ja jetzt nicht mehr so richtig funktional sieht das jetzt aber auch nicht aus da ist der wurm drin möchte man meinen wie schnell war das jetzt gerade hat der uns nach oben geworpt was war das ich habe exodus freigeschalten und einen maßstab willkommen nichts ich wünschte ich könnte jetzt mit dir reden es tut mir leid das kommt nicht gleich so ein wurm aus der nase ich wünsch dich und ich bin der hier morgen also ja mega guck mal es gibt einen schnellen vorlauf ich habe EA durchgeschafft ich habe es durchgeschafft ja in der tat also hätte schlimmer kommen können also das Spiel hat mir mega gefallen hat sich echt gelohnt ich habe das original nie gespielt aber das hat sich definitiv gelohnt kann ich nur empfehlen na hurra und es gibt ja noch einen zweiten und dritten Teil wobei die nicht so gut sein sollen wie ich gehört habe also Teil 2 war noch in Ordnung aber Teil 3 soll wohl total daneben sein aber ja das freut sich der Shifty bestimmt auch wenn das geremarkt wird dann werde ich das nämlich auch spielen also ich bin schon schwer begeistert kann man sagen 16 fach was gibt es denn noch wollen wir es so lassen Shifty dass es schon langsam durchläuft aber im zweiten Teil würde ich jetzt auch auf den Remaster warten wenn ich ehrlich bin also auf den der wird ja kommen hundertprozentig nachdem der erste Teil so eingeschlagen ist ist ja nicht so als hätten wir nichts zu zocken was werde ich da müde gleich das glaube ich auch und jetzt spielen wir das Spiel nochmal auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad durch da habe ich nämlich gelesen da kann man Artefakte sammeln und damit ein alternatives Ende freischalten naja Spaß also das werde ich einfach hinten dran noch ranschneiden weil lass uns das machen nee ich muss auch noch Resident Evil 4 durchspielen ich habe eigentlich noch zwei andere Spiele auf der Liste die ich spielen wollte ähm einzig für erweiterten Soldaten Rig Level 6 freigeschalten 50.000 Credits 10 Energieknoten endlich New Game Plus let's go äh Junge Junge nee also wirklich an an die YouTuber da draußen das war Dead Space Teil 1 hat mir sehr viel Spaß gemacht kann ich nur empfehlen eine 7 von 10 das ist ein kleiner Insider äh nee 10 von 10 war schon auf jeden Fall hat echt Laune gemacht und kann ich nur empfehlen äh in dem Sinne hoffe ich dass wir uns beim nächsten Gameplay wiedersehen und ich sag mal PlayHardgo Pro Ercon Seco bis zum nächsten Mal ne zu du 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 du